Ausgerechnet in den süddeutschen Hochwassergebieten drohen die nächsten Tage und Wochen weitere heftige Regenfälle. Es werden örtlich Unwetter durchziehen mit Hagel, Sturm und Starkregen. In dieser Zeitrafferaufnahme sieht man eine eindrucksvolle Böenwalze eines Gewitters und dahinter die Fallstreifen mit dem Regen. Hier kann, wenn es unglücklich läuft, eben auch Hagel dabei sein. Und das Ganze ist eben die nächsten Tage Programm. Die Großwetterlage ist mehr oder minder eingerastet mit dem stationären Tief hier über Skandinavien. An der Rückseite des Tiefs gelang kühle Luft in den gesamten Nordwesten Europas bis nach Deutschland. Und in Südosteuropa regiert hingegen ein Sommerhoch mit hohen Temperaturen. Dementsprechend ist die Karte hier rot eingefärbt. Also das ist die Temperaturabweicherungskarte des ECMWF-Modells für die Zeit vom 10. bis zum 16. Juni. Und zwischen diesen beiden Luftmassen befindet sich eine Luftmassengrenze. Und an dieser entwickeln sich hier in Spanien über die Alpen ziehend nach Osteuropa Unwettertiefs. Also die kommen praktisch immer auf der gleichen Zugbahn daher. Und dementsprechend besteht immer in den gleichen Regionen Unwettergefahr. Also im Osten Spaniens kann es heftig scheppern. Gleichzeitig im gesamten Alpenraum. Allen voran hier im Friaul und weiter auch hier in Osteuropa. Also hier drohen Unwetter der heftigen Art mit Starkregen und mit Überflutungen. In der Woche danach ist die Niederschlagsabweichungskarte des ECMWF-Modells vor allem hier in Mitteleuropa, also bei uns in Deutschland immer noch, eher auf der blauen Seite. Das heißt, es wird eher zu nass sein für die Jahreszeit. Während es hier im Mittelmeerraum weiterhin trocken bleibt. Gerade hier von Süditalien bis nach Griechenland fällt vielerorts kein einziger Tropfen, während wir regional mit der Hochwasserthematik zu tun haben, weil die Wetterlage sich nicht umstellt. Einerseits das steuernde Tief dann mit Zentrum hier über der Nordsee. Das Hoch bleibt, wo es ist und die Unwettertiefs marschieren weiterhin von Südwesten auf uns zu. Kurz zusammengefasst, wir haben im Süden weiterhin die Hochwasserlage regional, die sich auch durchaus nochmal zuspitzen kann. Also südlich der Donau drohen schwere Gewitter die nächsten Tage, teilweise mit Dauerregen und dementsprechend bleibt die Hochwasserlage angespannt. Extreme Hitze ist die ganzen nächsten Tage jedenfalls nicht zu erwarten. Auch nicht zum Start der Europameisterschaft am 14. Juni. Da sind wir tendenziell auf der kühlen Seite, aber auf der sehr nassen Seite in München. Also der Rasen, der wird sicherlich gut bewässert sein.